Ich bin so doof wie die Hülle. Aber hol vielleicht noch mal nen Bogen, ey. Am Bogen? Äh, hier nen Bogen? Die hat eigentlich gar nicht gefilmt. Von ner Angel. Willst du noch nen Diamantspitzhacke? Ich hab eine, meine ist schöner. Ich hab zwei. Hast du eigentlich Gravide mit drüber? Warum nicht? Nee. Ich bin gleich wieder da. Ist das Gravide oder? Doch, fällt runter. Ja eben, deswegen ja gesagt, Hauptsache fällt runter. Ist egal. Pass auf, ich möcht das jetzt an Scheiß. Doch. Doch. Ich sterbe oder so, keine Ahnung. Dann baust mir noch ne neue Diamantrüstung. Eigentlich absoluter Quatsch, weil die kann ich mir selbst bauen. Ja eben. Man, ich möcht mir halt nur nen Crafting Table hier eben hinstellen. Hä? Ist der etwa im Arsch oder was? Der ist im Arsch. Ist der etwa im Arsch oder was? Also langsam neigt dieses dem Ende. Ja. Dann bring noch mehr Diamanten mit. Doch. Boah, nee. Okay, Diamanten mit. So. 20 Stacks oder so. Ja. So. Bitte? Und, und, und. Ja, so an. Sand. Nee. Nee. Hab ich nicht. Nee. Verdammte. Gibt's auch nicht, ey. Ah. Nein. Nein. Verdammte. Kacke. So. Junge, das Viech ist grad voll dran, ey. Ja. Eiger, damit der Angel funktioniert einfach echt mal nicht, ey. Vielleicht hat er irgendwann mal funktioniert, aber das funktioniert grad echt nicht, ey. Ich mein, ich hätte das gelesen in so nen Wiki, ey. Ja, du nicht alles meins, ey. Was? Vielleicht besoffen oder so? Also dann besoffen und träumen auf gar keinen Fall. Weil Maschinenbauer träumen einfach nicht. Die machen. Ja, ja, ist klar. Die machen so ne Bullshit, irgendwie so ne Kacke schon. Ja, ey. Ja, ja. Ist Anna auch arbeitslos? Hat Yvonne gesagt? Nee. Das waren mir schon bewusst, deswegen wollte ich dich jetzt bloß stellen. Ehh. 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 Oh Gott, dann ist ja arbeitslos. Dann ist ja arbeitslos. Das ist ja noch schlimmer als arbeitslos. Ja, sag ich ja. Ey, ich hab das auch gemacht. Ah, ich bin nicht lustig. Eine Insel mit drei Schwänzen und nen Tief. Wieso ist das hier kein Sand verdammt? Kann doch nicht wahr sein, dass ich hier Sand vergessen habe. Mit nem Buckusen meinst du? Naja, das kommt vom Buckusen. Verlernen wir daraus Kinder. Buckusen ist nix für kleine Kinder. Verdammt. Eine Ente mit drei Enten und nen tiefen blauen Arsch. Ich hab doch hier auf jeden Fall irgendwo Gravet reingepackt. Kann ja nicht sein. Du könntest auch einfach mal aufhören die komische Truhen zu dir suchen und einfach mal draußen ein bisschen Sand... Ich durchsuch die Truhen jetzt, wo ich was gefunden habe. Ja. Genau, warum hast du das nicht dran geschrieben? Du bist doch hier der Bürokaufmann. Doch, hast du grad noch gesagt. Ne, ne, ne. Das soll hier typisch Büro so Sachen beschriften und so. Ne, das ist niedrigere Arbeit, das ist nix für Bürokaufmänner. Was für niger? Das ist mehr was für... Das ist nix für Bürokaufmänner. Wer macht die? Praktikere arbeiten. Aha. Praktikanten. So was... Ne, ne, ne. Ich bin nicht Praktikant. Student in der Praxisphase. Ja, ist klar. Ne, ne. Ne, ne. Ne, ne. Das wird von der Fachhochschule nicht anerkannt, wenn da draufsteht, dass du Praktikant warst. Da muss draufstehen, Student in der Praxisphase. Da liegen die Bär drauf, das ist kein Scherz. Ne, das generell ist einfach nur bei dir. Echt? Echt? Ja, ja. Ja, das Weibchen ist ab morgen nix mehr arbeitslos, weil morgen ist sie im Urlaub. Ja, direkt von der Arbeitslosigkeit in den Urlaub. Sie hat Abi gemacht und ist arbeitslos. Ja, ist nun mal so, bis man arbeitet hat, dann ist man nun mal arbeitslos. Nein, verdammt, Creeper, Mann. Nein, sie war ein paar Monate arbeitslos. Nein, arbeitslos. Ja, dann hat sie halt Ferien. Wo bist du denn schon wieder? Ich stehe an unserer Haustür, guck mal, wer da vorsteht. Ja, um. Das seems to be so Officer Problem. Das war eigentlich auch erst so meine Intention. Ich wollte mich erst als Creeper verkleiden, das wäre nicht auch verdammt lustig gewesen. Ich bin übrigens schon ziemlich episch weit hier. Ja, also mit dir, das wird da heute glaube ich nix mehr, ne? Ja, bevor du mal wieder hier bist, ne? Ich bin gar... Ich hab gleich Sand für dich, ja. Ja, ich glaub, bis du mit dem Sand hier bist, ne? Ich hab Blümchen... Bist du mit dem Sand... Bist du mit dem Blümchen hier bist, ne? Alter, wieso kann ich... Wieso... Wieso was? Wieso... Wieso kann ich keinen Sand abbauen, vor allem der Hurensohn Scheiße hier? Ich... Admin. Ja sehr, bin ich Admin. Nein! Wieso gibt da einen, der Sand haben will? Nein! Das ist ja was für Bug-User. Ich bin ja kein Bug-User. Ja, dann musst du Sand abbauen, ich hab keine Pumse... Ja, aber ich muss doch hier Schweine töten. Ich sehe, ob du die Schweine tötest. Nein, die töte keine Schweine, du brauchst nicht gucken, Schatz, die Mausi-Bumsi-Bärchen. Echt nicht. Schweine töten. Was machst du denn hier? Schmeck's nach Tee, mit ganz viel Zucker. Geh mal aus dem Bild da raus. Wir müssen jetzt mal orientieren, der Server kommt nämlich gerade hier nicht nach. Das ist ein Creeper, das sehe ich. Ist nicht das Server. Ein Creeper, da hinten. Ja richtig, dann ist der, mit dem ich gerade belästige. Ich wollte Sex mit den Armen. Aber kann ich mir ja auch ne Diamantschaufel bauen? Ja. Alter, nigger, veganischer Kriegstrahl. Geil, ist das? Ist episch, oder? Wieso nicht? Nein. Ist die Wandschaufel schlecht, oder was? Ist das eine so ne... Nö, nee. Also wäre ja noch massiert beim Zocken und lässt sich da doch... Zocken. Ja, ja. Mal mal ne coole Sau ist. Das ist sowieso. Ach, deine Mulla ist eine coole Sau. I wanna fuck you in the head. Da, 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 da. Warfuß im Regen, da, 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 da. Ey, ich komm super. Jetzt kann man ja in Feuer rutschen. Neee, aber man muss erstmal Diamantenschaufeln bauen und die Kinder damit ernten. Alter, ich loote gleich so hardcore wie die nicht massiert, ey. Echt jetzt? Nein, genau richtig. Behandle mich wie eine Menschen, Baby. Ich hab gehört, Diamantschaufel ist episch. Weil Instant. Warum? Ja, klar. Ja, jetzt schneid. Hast du noch nie eine gehabt, oder? Nee, hatte ich noch nie. Ich weiß gar nicht, was ich mit meinen Diamanten bis jetzt gemacht hab. Ich glaub, ich hab die Truhe gepackt und hab gewartet. Bestimmt nur gelagert. Super. Das war so meine Hände, ich war dahinter. Das geht aber leider nicht. Das geht nur auf Mainster, aber das erinnert sich. Ja, ich hab irgendwo gemerkt. Oh ja, Baby, das ist gut so, ja genau. Ah. Genau da. Ah. Boah. Ja, dann kannst du den Gürtel ruhig aufmachen. Nichts. Das ist grad gar nicht so eklig. Wobei. Ja? Haben wir Sex? Eben. Ja, du bist okay. Ja, Menschen können denken. Ja. Mach komische. Oh. Oh. Oh ja, genau da. Ah. Nicht beißen. Nicht. Ahaha. 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 Tut mir leid. Ahaha. Ahaha. Nein. Ich hab's grad am lachen. Eigentlich brauch ich auch richtig viel, ne? Aber mein Kopf platzt. Ah. Aaaaah! Ohohoho! Nein! Ah, ich werd... Ah, ich schaub ab! Ich war schon zu weinen. Ich hab'n lachendes Läscher. Aua! Ich bin schon geschlagen! Ich krieg' kein Luft mehr! Aaaaah! Die Kizze! Aaaaah! 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 Einen verignorieren! Ich kenne dich! Aaaaah! 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 Meine Zunge ist schon taub, weil die keinen Sauerstoff mehr kriegt! Aaaaah! Aaaaah! Wohin! Ja, komm mal her! Ich muss hier erst mal Sand abbauen. Was für viel Sand für brauch ich, Junge! Aaaaah! Voll nix! Ich brauche jetzt einen kleinen E-Stack in der Stelle. Ja, um für ne Treppe zu bauen. Kannst du auch was anderes Zeugs bauen, du brauchst keinen Sand für. Ja, aber der wird doch weggespringt. Ey, deswegen müssen wir die ja töten. Ja, ich bin auch dabei. Außer wollte ich nicht. Weißt du, was ich damit auf meinem hier lokal gemacht hab? Ja, war ein riesenohon Fugum aus Sand gebaut. Das ist mein Sanddepot. Die hab ich jetzt weit. Wird's jetzt in Ordnung oder was? Bitte. Ne, komm. Danke. Alter, ey. Jetzt mich schnee ich hier gerade. Jetzt weiß ich auch, wo man die Schneebälle herkriegt. Oh, Schnee. Ja, weißt du halt jetzt? Ja. Oh, ja. Ich schmeiß dir mal am... Ja. Ich hoffe, du hast da gleich alles leergeräumt, wenn ich wieder da bin. Glocken. Na klar. Alles bestens hier, alles tupi. Bullshit. Wie ist er? Ich... Ich... Hör mal her, hallo. Hast du einen Schuss oder was? Du kannst einfach mal die Pyramidik kaputt machen. Komm alleiem zur Wirklich nostro trainierern. Wie ist er damit automatischer? Oh ja, wir haben legendär Cecil.